Alter, ich bin so verwirrt, wo ist die 1 hier? Da ist die 1. Aber guck mal, wir hätten das sogar... Ja gut. Machen wir das schnell. Gerade so geschafft. Ich meine, das ist Zwiebelsuppe. Was soll schief gehen? Es ist die erste Welt. Da hast du deine Zwiebel. Wir sind fast so viel drüber schon. Okay, wir brechen unseren eigenen Rekord, ja? Ja. 1191. Schwierig. Ich meine, du hast mehr Schneidebretter als Töpfe. Das ist auch schon Telling. Hier. Okay, hier. Wilhelm Telling? Ihr schafft das, Jungs. Ich glaube an euch. Was hast du so? Okay. Wo ist der zweite Topf? Es gibt keinen zweiten Topf. Es gibt nur einen. Wie gesagt, mehr Schneidebretter als Töpfe. Stimmt, hier nimmt die Küche jetzt nicht mehr schwer. Jemand anderes muss die Suppe raustun. Oder jetzt den Topf nachfüllen. Küche jetzt voll den Topf nach. Jetzt. Weil das spart nochmal Zeit. Okay. Jungs, spülen nicht vergessen, wenn der Teller gleich kommt. Ja. Werden wir auch kommen. Oh, das Tutorial. Ihr müsst spülen. Käst die Topf füllen gleich. Ja. Wenn wir das so machen, brechen wir unseren eigenen Rekord. Vielleicht. Garantiert. Weil ich jetzt schneller rausgebe, dann haben wir schneller Trinkgeld. Vielleicht das letzte Mal habe ich immer nachgefüllt und dann erst rausgebracht. Mann. Spült die Oma selber. Ist okay. Ich habe Zeit. Spülen. Ich habe schon gespült. Ah, noch der andere Fehler. Kassi. Weg, weg. Oma kommt. Aus dem Weg, Oma hat immer Vorfahrt. Aber ich bin der, der Lore, hallo? Wenn Oma Dinge in der Hand hat, hat es die Vorfahrt. Ja, toll. Oder Vorlauf. Ich fahre immer noch mal nicht. Über die jungen Leute, die die Alten durch die Gegend schubsen. Ah, weißt du, wenn ich mal so alt bin wie du, schubsen die Leute immer noch durch die Gegend. In diesen Städtern kommt nichts Gutes. Genau. Ich wusste es. Ständig am Kommen, diese jungen Leute. Was? Für deine Erkältung hast du so eine richtige alte Opa-Stimme. Ich bin gemeint. Okay. Alles gut. Alter, sieh nur noch Zwiebeln. Hör auf. Ich träume nach mir davon. Kein Wunder, dass ich so traumatisiert war. Oh Gott, ich war halt in Zwiebeln. Das ist auch ein bisschen Oberkirr, wenn ich ehrlich bin. Nein, Oberkirr. Oh Gott, Oberkirr. Ah, lol. Zwiebeln. Können da noch eine hinlegen. Das zweiten Herd. Ja, oder einen dritten Herd noch. Und einen dritten Teller. Ah, schön. Wundervoll. Weil wir haben alles vollgelegt. In der Küche müssten alle weinen, sobald sie reinkommen. Ja. Oh Gott. Spürst du nicht mit unseren Tränen? Oh Gott. Alter. Das muss doch schon aus der Ausgabe ins Restaurant reindünsten. Wir haben übrigens schon Gistern und wir haben noch eine Minute 40. Ja, wir wollen aber unseren Rekord nicht. Ja, 1191 war es, oder? Ja. Ja. Ja, hier. Schaffen wir. Leg das ab. Schaffen wir locker. Leg es ab. Die Hälfte der Zeit steht ja nur hier rum und warte. Hat jemand irgendwie, ist jemand gestresst? Soll ich irgendwie helfen? Soll ich spülen nebenbei? Ich glaube nicht. Es ist ja nie so, als ob wir zu wenig geschnüppelt hätten. Was Elik jetzt noch extra mitschnüppeln müsste. Zwingt. Ah! Oh. Oh, oh. Oh, Oma wurde behindert. Das geht nicht. Das hat uns bestimmt einen Punkt Trinkgeld gekostet. Minz. Stimmt. Ich glaube, wir haben den Rekord noch nicht. Aber nach dem Topf. Ja. Entschuldigung. Kriegen wir aber noch einen raus. Schon okay. Oh mein Gott, die Zeit. Es wird hektisch. Oh mein Gott. Also wir haben den Rekord. Mach frei. Ja, wir haben den Rekord gebrochen. Wir brechen den noch mehr. Okay. So dass er richtig broken wird. Ja. Und man klagt so, wir brechen den Rekord. Breaking the Zwiebel, Zwiebel wall. Oh nein. Oh nein. Das kriege ich nicht mehr raus. Oh nein. Nein. Ich kaufe zu meckern. Ja. Wir haben fast das Doppelte. Wow, Alter. Ja. Da tanzt der Zwiebelkönig, ey. Wir haben seinen gesamtes Volk gekocht. Das freut ihn. Er ist der Letzte seiner Art jetzt. Ach, schön. Ja, es sind nur noch ca. 43 Zwiebeln in ganz Tirolan. Oh, das ist schon schwieriger. Ach, da hatten wir sogar mehr. Nein, da haben wir so angebrüllt. Ja, weil ihr euch aber auch dauernd dann im Weg rumstanden wisst. Das ist doch sehr anstrengend. Ja. Gebt euch einfach die Sachen rüber. Legt die da drauf und gut ist. Es geht keiner hin und her. Doch, müssen wir zum Spülen. Nein. Doch. Ihr könnt auch die Spülseite einfach da fucking hinstellen. Wenn einer von euch doch hier rüberkommt. Okay, ich komme. Dann geht das wunderbar. Oh Gott, es glitscht. Im Zuge in die dreckigen Teller. Da muss einer rüberlaufen. Ich muss es auch die Griechen drüber geben. Na gut. Genau. Ja, ihr legt noch muss nicht rüber. Du machst das da schon perfekt. Lass drin. Okay. Au. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. Träksch. Teller. Teller, ihr legt. Äh. Teller. Gibt's nicht. Teller sind das Probleme mit diesem Level. Ich frage mich die ganze Zeit, warum keiner Pilzruppe will. Aber es gibt keine Pilzruppe, weil es ist easy. Es ist Level 2. Pilze existieren noch nicht. In einer Welt vor unseren Pilzen. Alter. Ja, da oben ist deine Zwiebelsuppe kann. Geh bitte. Das eine Feld hätte sie auch stehen lassen können. Danke. Ja, ich wollte nur, dass man von der anderen Seite rankommt. Teller sind nicht das Problem hier. Ja. Nimm den Teller in die Hand. Nimm ihn in die Hand. Längst du oben ist noch der Korn. Ja. Ich geier schon auf den Topf. Äh. Pff. Äh. Leckt einfach eine Tomate auf mein Brett. Ich glaub's hackt. Aber nicht die Tomate, sondern die Zwiebel. Lel. Ja, das war nicht. Das war richtig gut. Geh weg, Junge. Da. Scheiß NPCs. Ah, was braucht ihr jetzt? Zwiebeln oder Tomaten? Ich bin jetzt raus. Zwiebel. Gut. Puh. Gut geraten. Ah. Eine Tomate zu viel. Ah. Dann haus irgendwo hin. Mein Gott. Zwiebel, 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 Zwiebel. Genau, nochmal drei. Zwiebel, 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 Zwiebel. Sehr gut. Ah. Wir brechen ihn. Ich hab sie in den Müll geschmissen. Du bist auch gerade sauber. Oh, wieso? Wie ist das passiert? Aber ey, wir haben 16 Punkte mehr. Seht ihr? Und deswegen gibt die Oma nicht raus. In Overcooked 2 schmeiß ich's vor die Ausgabe. In Overcooked 1 schmeißen sie in den Müll. Trotzdem haben wir unseren Rekord gebrochen und doppelt so viele Punkte. Wir haben quasi acht Sterne. Omas acht Sterne Restaurant. So wie Paul. Ah, der Müll war echt brillant positioniert. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich hab mal das Geräusch gehört und dachte so, hä? Ich dachte erst, boah, krass, voll verglichen. Es ist das Gericht raus. Aber sie sind immer noch in der Hand. Die Punkte. Warum ist Oma guckt 1 so'n Joke? Ja. Bei mir zählt der vierte Stern nicht. Ja, weil wir noch nicht jetzt erst spielen können. Das ist immer so. Ach, du bist schon zum nächsten Mal wieder gefallen. Ja, ich weiß nicht. Am ersten war ganz so gut. Nein, nein. Okay. So schnell sind wir dann doch nicht. Das war das, wo Conan oben mit den Tellern gecampt hat, gell? Das war ganz gut. Ja, ja. Mach ich gern wieder. Ja. Weder. Also wenn die dann da, wenn die dann da spawnen, ist besser. Äh, warum wir Pilze und dann Zwiebeln? Elektros oben in den. Okay, kann rund? Ja, egal. Ach, ist irgendwie ein Topf runtergestellt. Alles gut, alles gut. Hier sind eure Zwiebeln. Wer ist denn die Zwiebeln? Danach kommen die Tomaten. Koncher ja doch schon mal einen Teller neben den Topf. Wer zu einfach ist. Ich hab einen in der Hand. Ja. Achso, danke. Hab ich schon gemacht, gerade. Okay. Bis die dann... Cashy stellen wir den letzten Teller noch hoch, bitte. Bis die dann da rechts spawnen. Okay. Steck ihn raus. Ähm... Zwiebeln. Ich tu das mal an den Topf, weil irgendwie ist da gerade keiner. Zwiebeln zu elig. Oder kommst du selber dran. Lass die Teller ruhig in der Auslage, ne? Ja, ja, lass die Teller in der Ausgabe stehen. Pilz. Wir haben eine Zwiebel zu viel. Ja, Entschuldigung. Passiert. Hoch. Tomaten. Mhm. Mhm. Mach die dritte. Ach, ich mach auch mal Tomaten. Noch mal Tomaten, ja. Ah, wisst ihr was? Ich bleib einfach hier. Nein, ich schmeiß rein. Mein Job ist reinschmeißen, okay? Nein, aber ich hab grad nichts zu tun. Ja, aber ich hab sonst auch nichts zu tun. Ich bin unterfordert. Keine Zwiebel noch. Ne, gar nicht mehr. Tomaten. Da sitzt ein Typ oben im Ausguck. Entschuldigung. Ah. Du hast recht. Zwiebel. Ich hab's nicht. Lass die Teller da bitte stehen. Entschuldigung. Ich wollte die Nähe zu dir tun. Ich hab nichts zu tun. Alter, warum bestell ich da langsam? Pilze. Ist der Zwiebel zu viel. Ja, ich hab nichts zu tun. Ja. Geht uns allen so. Diese Level unterfordern einen. Zwiebel. Geht's? Jetzt hab ich die Pilze... Die Zwiebel schon mal gemacht. Noch eine Zwiebel. Noch eine Zwiebel. Die bestellen nix. Ja. Ja, dann stimmeln wir. Zwiebeln wir. Tomaten. Auch ein Pilz. Tomate. Eine Tomate. Eine Tomate. Tja, keiner weiß was. Pilz. Ich sag schon ein Bild oben erkennen. Inzwischen wieder. So viel overclocked. Ich find das gut. Tomate. Ich komm nicht dran. Zwiebel. Kiss. Die drei Tomaten sind auch schon da. Ja, ich schnüppel vor. Ich schnüppel irgendwas und leg's irgendwo hin. Ja, ja, ich mach mir recht so ein Vorrast-Ding. Zwiebel, Zwiebel. Ja. Entschuldigung. Ich kann wie Schimmel, Schimmel. Oh, guck mal, Pilze. Jetzt hat man's gewusst. Okay, wir haben schon. Ich schwirr zu viel. Eine Toma- okay, vergess es. Tja. Ist schon da. Tomate. Das ist doch albern. Wir haben bald 2000 Punkte. Ja. Das muss ich dann fotografieren. Ja, Leute, mehr. So verkriegen wir nicht mal raus. Zwiebel. Na gut. Nein! Nein! Wann ist das denn bei uns mit dem letzten Teller immer? Come on! Awww. Hätten wir das Doppelte haben können, wir werden es nie erfahren. Nice. Hast du ordentlich? Jo. Das ist die nächste Punkt, die wir bis jetzt hatten. Ja, bei den Easy-Suppen hast du auch kein Problem. Suppen sind immer easy. Nein! 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 Nicht die Overcooked 2 Suppen. Ich wollte gerade sagen, die gemichten Overcooked 2 Gemüsesuppen. Dies ist ein Level mit den vier Brücken. Mit Brokkoli, Käse, Kartoffel, ja. Und Lauch. Das hat es getötet. Oh Gott, da haben uns doch auch gekloppt. Ja, ich lege euch. Also oben Fleisch und Zutaten. Ich mache Tomaten. Genau. Gut. Ich kümmere mich um das Fleisch. Gut. Was mache ich dann? Die Brötchen auf die Teller. Käse, was meinst du damit, ich kümmere mich um das Fleisch? Hackst du es, pressst du es, packst du es auf die Teller. Ich hacke das Fleisch und tue es euch oben hin. Conan, nimm Brötchen, pack auf... Ja, genau. Und packst du mir irgendwo hin, wo ich dran komme. Also hier. Genau. Und noch... Ich habe noch, genau, noch drei Conan. Dankeschön. Dankeschön. Ah, ich möchte das nicht in der Hand haben. Ja, das ist gut. So. Und jetzt, 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 jetzt Conan weg da. Ja, das ist nicht das Problem jetzt. Also entweder, genau, müsst ihr mit Salatentomaten immer irgendwie eins rüberbringen. Oder ihr müsst dann Platz machen, dass ich rüber kann. Egal. Conan spülen. Ach, ich wollte spülen. Ach so. Eck. Ja, okay. Dann die Rieck spülen. Yay. Spülen. So, Moment, Oma muss kurz denken. Ey. Salat. Irgendwo. Ach, sorry. Ja. Oben. Omen. Ja. Salat, Tomate. Ähm, Teller? Spülen, bitte? Ja, ich muss ja erst mal durchkommen. Okay, Achtung, Oma muss Fleisch holen. Achtung, Oma muss Fleisch holen. Außerdem hast du auf dem Teller noch mit dem Teller. Ah ja, aber nur die Burger. Achtung, aber wir müssen das Fleisch holen. Okay. Okay, ich verstehe diese Teller. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Boah! Tomate! Salat! Sorry. Diese Küche ist definitiv zu eng. Ah, alles gut. Ich hab den Salat aus Versehen schon auf den Teller getan, sorry. Alles gut, alles gut. Ich muss nur das Fleisch backen. Achtung, aber was zum Fleisch. Achtung, aber was zum Fleisch. Weg da! Dankeschön. So. Kann ich bitte Nackengeteller haben? Ja. Danke. Conan! Das war keine Absicht! Das war keine Absicht! Ah! Nein, das war ein Brötchen und das ist das Problem! Ja! Weg! Baust den Teller. Teller bitte nicht dahin, wo die, danke. Nein, weg da! Was? Ähm... Mr. Salatschnibbler? Schnibbeln! Schnell! Machst du auch Salat gut? Schnell! Ja, ich hab den Schnellen. Ich hab den Schnellen geschoben. Ich hab den Schnellen geschoben. So echt... Unspass. Leerer Teller! Alter, da oben! Leerer Teller! Leerer Teller! Hier, bitte, bitte! Hier, bitte! Hier, bitte! Da, wo das Fleisch hinkommt, leg den Scheiß immer mit woanders hin! Oh, komm, wir legen alles voll mit Salat und alles voll mit Tellern! Naja, wenn Wani den Teller will lernen, dann muss er irgendwo hin, wo er schnell liegt. Okay. Stopp! Stopp! Hör auf! Hör einfach auf! Hör einfach auf! Hör einfach auf! Hör einfach auf! Hör auf zu laufen! Was sieht aus, als ob du in mich meckerst und ich meckerst wieder raus! Ja! Der Flow des Meckerns. Okay. Ja, das war auch ordentlich. Aber knapp! Ja, das stimmt. Aber es ist doch einfach zu eng! Mhm. Wer mal diese Küche gebaut hat, gehört verklagt. Das liegt schon bei jedem zweiten Küche. Ja, schon. Jetzt kam die Erdbebenküche, ne? Awww. Also, ich kann mich irren, aber... Mhm. Gut möglich. Falls ja, ich bleib wieder rechts. Nein. Nee, noch nicht, das ist die enge. Ah, die war easy. Ja, die haben wir mit 600 Punkten. Ja. Also... Ich glaub, Edeka hat links unten geschnibbelt und ich war rechts unten am Topf. Ja, ganz genau. Und konnten wir rechts oben rausgeben und spülen. Und Köschi hat die Sachen von oben runtergebracht. Ja, genau. Genau. Gut, Rollenverteilung ist klar. Wie sind alle stehen? Sind Soldaten. Ja. Ja. Gut. Gut. Kon, dreht schon ab. Hm Ehh, ich glaub, jetzt sind wir drin wieder So, danke schön Ich wollte nur kurz warten, bis die fertig ist Jaja Versuch die nicht im Weg zu stehen bis die fertig sind Jaja ne 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 ne, nimm du jetzt Sollen. Zwei kochen? Ist ja okay Okay Die Tomaten sind auch fertig Komm mal. Jetzt sind rechts die Pilze gleich gut. Na gut, jetzt läuft's eh. No. Ich glaub, wenn der Anfangs-Glow ist, dann ist alles gut. Jupp. Jupp jupp jupp. Äh. Brauchst du Hilfe beim Spülen, oder geht's? Hm, nö. Muss halt ab und zu mich halt mal ein Teller spülen. Ansonst nicht. Es frisst halt immer ein bisschen Zeit, Spülen. Hm, das soll ich fragen euch. Ja, aber ich musste die eh von der Ausgabe holen. Von daher. Okay, passt. Wir stehen uns hier eh im Weg. Ich stell's halt an die Ecke, falls das hilft. Ja, das ist schon gut. Ich hab die Tomate neben den Topf gelegt, oh nein! Aber die Qualität. Der Tomate? Ja. Ach. Passt schon. Ich hatte grad wieder diesen Glitch, dass die Sachen neben dem Brett liegen. Und ich die trotzdem schneid. Nichts toppt, dieses Level, wo der Feuerlöscher in die Fritteuse geglitscht ist. Ja. Und die Teller. Alles. Das war geil. Diese LKWer. Ja. Das Brummilevel. Oh mein Gott. Das war so geil. Was tue ich hier? Ja. Ja, irgendwie schon. Überkochen halt, ne? So wie immer. Naja. Ups. Überkochen zwei. Ah, verfehlt. Ja, kenn ich. Wieviel Punkte haben wir gebraucht? Wenig. Wenig. Komm, Bauber guckt eins. Töger und Kon. Alles gut. So, ups. Ich hab meine Tomate verpasst. Wir bringen alles durcheinander, es tut mir leid. Alles gut. Was ist nur mit den Tomaten passiert? Passiert. Aaaaah. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, schön. Das ist echt so fließbarnde Arbeit hier. Ja. Aber es ist mein Level, wo ich nicht drauf gucken muss, was rausgegeben werden muss, weil Käffi das macht. Nein, das muss ich machen. Machst du gut. Danke. Ich mach tatsächlich gar nichts, ich seh das Essen und hackt. Ja, ich seh das Essen und schmeiß das in den Topf. Ihr könnt aufhören, mehr schauen wir nicht mehr. Hier kocht noch eine. Nicht mit der Einstellung. Oh. Ewig aus. Alter. War cool. Ich würd sagen, es reicht. Knapp. Ein Level schaffen wir noch. Ein Level schaffen wir noch. Dann haben wir die erste Welt abgeschlossen. Yes, sir. Und dann kommt jetzt mit dem Erdbeben-Level, das könnte schwieriger werden. Nee, jetzt kommt doch das... Ist das Special Level jetzt nicht hier dran gehängt? Special... Also das, was man erst nach den fünf Welten freigeschalten hat. Aber wann kam denn da? Also irgendwas, das wir heute schon mal gespielt haben. Ja. Oder? Nee. Nee, das ist Erdbeben. Doch, okay. Ach, das war das Schiff nach oben dann. Egal, passt schon. Ich spüle. Ich mach das Fleisch. Ich mach das Fleisch. Ich bin rechts oben bei den Pfannen, dass nichts anbrennt. Ich hack irgendwas. Tomaten und Salat. Manny muss nur sagen, wo sie es hinhaben will. Auf dem Boden hier rechts. Salat und Tomatee. Ah, ich will nicht diesen blöden Salat. Alter. Hallo? Hallo. Hallo. Was machst du? Bitte? Hast du denn den Salat hingelegt auf die Schneide und hast ihn nicht geschnibbelt? Ich wollte ihn auch nicht haben. Ja, aber dann musst du ihn doch bitte vom Schneidbrett wieder wegtun. Das ist ja dann total doof. Ach, jetzt ist er gehackt. Äh. Ja, jetzt hab ich ihn gehackt. Äh. Ah, das war der Plan, ja? Mhm. Teller irgendwo hin. Ja, hier oben. Ja, das ist, glaub ich, zu weit. Nee, nee, das geht. Scheiße! Das ist das Falsches rausgegeben. Ja, ich wollte es auf den Boden schmeißen. Warum gibt der das raus? Wann, ich hau da rein, du? Ach so. Ach. Komm, was machst du hier? Ich hab' auf den Teller gewartet. Ah. Ich hab' keinen Platz mehr. Ah, kein'nicht. Ähm, ach, da fällt der Teller. Äh. Okay, aber das Feld bleibt noch da, also zwei, zwei Felder neben der Pfanne da gehen. Ja, ja, lass mir bitte das hier oben frei. Aber hier kann ich nämlich dann noch den, 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 den Teller dann beim Hof fahren drauf glitchen oder so. Ahhhh. Ahhhh. Da. Okay. Schnapp ihn dir. Komm, schnapp ihn dir. Ups. Pfff. Ja, äh, okay. Riggi geht heller im Mond. Da ist ein Burger-Pelly. Ja, ich hab grad irgendwann ein Achievement bekommen, aber ich sehe nicht welches. Ähm. Ich hab' keinen Lern-Teller. Du hast doch... Achso. Ach, wie du... Was ging denn noch vorher? Ich will nicht sagen, aber ich hab' hier tausend Burger. Ja! Teller! Ja, ich spüle gerade. Nein, der ist dabei. Komm, hier oben. Ja, geil. Ich hab' alle fünf Burger fertig, die bestellt sind. Ich brauch' bitte fünf Teller. Wanne, gib mir mal die Dreckigen bitte oben. Äh. Der wirft runter. Jetzt ein bisschen Hardmode, die Teller zerbrechen, wenn man sie wirft. Oh Gott. Aber hier kann man doch gar nicht mehr. Gib den mal raus, ja? Ja. Den da... Haben wir jetzt einen falsch rausgegeben, weil wir gleichzeitig raus haben? Ich weiß es nicht. Oh nein, deswegen hab' ich extra gesagt, dass ich den mal rausgebe. Passt, 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 passt. Okay. Äh... Ja, danke. Zu spät gesehen. Brauchst du noch einen? Das ist noch eine Ultra-Burger, ne? Ja, aber ich brauch' erst doch den normalen. Den da. Wir sind normale. Ja, aber ich hab' keinen Teller! Ja. Ah. Eleg bitte einmal unten das Ding weg. Danke. Teller, Teller, Teller. Komm, der rechts den normalen raus mit dem Teller, okay? Ja, gut. Tashi unten, aber erst nach mir. Entschuldigung. Ah, scheiße. Fuck, die Sachen drauf, die da drauf müssen. Ups. Teller spüren. Dabei. Ne, aber den kriegen wir nicht mehr hoch, oder? Doch, doch, es müsste, glaub ich, noch einmal runtergehen, bevor... Gut, das wird knapp, aber ja. Sagen wir welchen Burger. Ja, den Salatburger und dann den normalen. Eleg, Eleg, Eleg! Nimm den Teller in die Hand! Und dann noch einen Salatburger. Scheiße drauf. Welcher reiche Burger als erstes? Okay. Salat, normal, Salat! Das ist ja keine Zeit. Okay, ne, schauen wir auch nicht mehr. So, von der unten steht ein Teller im Haus. Äh! Hehehehe. 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 Wow, okay. Wir haben's geschafft. Schade. Aber es wäre besser gegangen mit mehr Tellern. Wir hatten zu viel Burger und zu wenig Teller. Ja. Ah. Wir sind zu schnell. Wir produzieren zu schnell. Ja, es muss noch einer oben bleiben, der die ganze Zeit die Teller runterbringt. Ja, ich kam nicht nach und mit Fleisch vom Herd nehmen bei den drei Pfannen. Ah, das war schön. Das war schön. Ah. Sehr gut. Dann hätten wir dann beim nächsten Mal eins sieben oder zwei eins. Das überlegen was. Ich weiß gar nicht, ob's eins sieben ist oder ob's sechs eins heißt. Nächst eins. Ah, das weiß wir nächst eins. Aber es ist halt da direkt dran an dem Weg, ne? Na eben. Ah, ist mir's egal. Entscheiden wir nächstes Mal. Wir machen jetzt volle Cliffhanger. Ja. Eww. Ja. 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 Ja.